Aschenbecher und ein Wunderkleber. Keine Ahnung warum ich den da rein tun kann. Raider Warte kurz. Sind das ekelhafte Typen. Na komm, na komm. Ein Raider, na dann. Raider, Raider, Raider. Uh, okay. Rumpf, Bein, Rumpf, okay. Da brauchen wir wo andere Waffen. Nämlich eine abgesäte Schrotflinte. Und Schüßkopf. A. Du bist ein Arsch. Schuss, ne Hockeymaske bringt mir nicht so viel, die Rüstung auch nicht, ne Sturmgewehr. Ja, weiß ich gar nicht. Hatte ich jetzt... Mal kurz gucken. Doch, ich habe Sturm gewärmt. Das heißt, ich kann das damit heil machen. Das ist schön. Nein. Aber mit Staubsauger könnte ich mir noch so ein Teil bauen. Das ist natürlich gut. Da ist noch einer. OP-Schlug. Haben da gerade zwei Raider Spaß? Ich kann hier einfach schlafen. Na dann. Ich kann nichts sehen. Oh, den Schreibtisch öffnen. Zwei Kronkorken. Geil. Scheiß Raider, ey. Ja, ist mir zu schwer. Wieso sind Lackierpistole so schwer? Verstehe ich nicht. Na okay, hier schlafen die scheinbar. Oder ein Hund. Oder ein Hund. Oh mein Gott. Da ist eine Hand. Oh mein Gott, das ist so spannend. Weil ich auch so schlecht bin. Jo, ähm, dann wollen wir mal. Und zwar. Und zwar erstens Bein. Ach scheiße, ich kann nur einmal schießen. Das ist ja, der ist natürlich blöd. In den Rücken geschossen. Das ist mir ein bisschen zu doof. Ich gucke mal was anderes. Maschinenpistole. Maschinenpistole ist schon cool. Aber hat auch 18. Magnum hat 19. Oh, die Kronkorkenmine. Die werde ich irgendwann mal benutzen. Oh, das wird toll. Da. Reparieren. Warte kurz, haben wir die richtige? Das will ich reparieren. Ja. Sehr schön. 20. Nehmen wir die Magnum. Hallo Frau. Hallo. What the f***? Wer ist da draußen? Schluss mit dem Mist. Komm raus und kämpfe. Ja, komm. Immer mit der Ruhe, Leute. Die Lage ist wieder ruhig. Hm. Ich höre schon wieder. Oh, ich sage so blöd. Hm. Ist das blutig. Wie geil. Ich meine, oh, ist das schrecklich. Das sollte echt verboten werden. Ich höre dich doch. Kommt, 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 kommt. Na, kommt. Na, kommt. Hä? Was ist die? Ich will hier noch nicht alles durchsuchen. Okay, dann eben. Durchsuche ich eben doch schon. Was soll's. Ist das ein Hund? Oder was ist das? Oder ein ziemlich mutiertes Ding. Hahaha. Cool, dahinter war noch was. Aber Clipboards verstehe ich nicht ganz. Ziretten bringen immer noch sehr viel Geld in der Welt. Wenn ich mal ein Buch, das was bringt. Oh, da. Da unter, das finde ich gut. Das meine ich mit versteckt. Das ist schön. Macht's wenigstens mal Sinn zu gucken. Ja, ich erschieße dich ja gleich. Es sei denn, du bist ein netter Hund. Dann kriegst du mein Hundefutter. Aber du bist irgendwie immer woanders. Hab ich das Gefühl. Was ist das? Das ist cool. What the fuck? Dahinter. Na, okay. Können wir uns erstmal hier drum? Dass keiner sonst das irgendwie mal macht. Irgendwie muss ja nicht mal doll, aber so ein bisschen polizeimäßig. Ich meine, die haben so viele Leute umgebracht. Ihr seid die letzten Leute auf der Welt. Bisschen dumm ist das schon. Na, okay. Von Dummheit der Menschen. Na, sollte man nicht mehr überrascht sein. Na, die sind heute noch dumm. Und heute geht es uns gut. Tür schließen. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Warum macht ihr das? Die haben ja Leute verhungern lassen. Ob die wohl geschrien haben? Oh, so was soll man anschießen. Hab ich gelesen. Das soll explodieren. Muss ich dann mal gucken. Nach oben. Ah, sonst gibt's hier nichts mehr. Ach, Toad. Warte. Maulwurfsratte essen die scheinbar. Na, brauche ich alles nicht. Wo kriegen sie eigentlich die Zigaretten her? Wer macht die Zigaretten? Fällt mir gerade mal so auf. Oh, dahinter. Da ist ein Pack. Sehr gut. Warum auch immer das da rumliegt. Wunderkleber. Ich weiß immer noch nicht, was das bringen soll. Sehr gut. Nein. Ernsthaft. Glaubt ihr nicht irgendwie was, was nicht kaputt ist? Wäre mal ganz schön. Nee, Bier will ich jetzt nicht. Oh, right away. Sehr schön. Das brauche ich doch bald. Zündflamme nicht erstmal. Obwohl, wie viel bringt die? Ja, komm. Ist gut. Es gibt doch einiges an Geld. Aha. Da geht man einfach mal in die Schule und dann deshalb, Leute, nicht in die Schule gehen. Oh, ja. Stimmt. Hier war ja noch einer. Boah, ist die schlecht. Danke. Dann geht's jetzt weiter. Hm? Noch mehr? Eine Krücke? Ach, untereinander helft ihr euch oder was? Das war ja wieder typisch. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag? Die fortschlanzen ja glaube ich nicht. Sonst hätten sie ja hier irgendwie... Die brauchen ja Liebe. Also wir bräuchten sie ja um das Baby irgendwie, ne? Aber... Das ist schon seltsam. Ihr habt das nicht gehört. Ah, als ob in... Ist in irgendeinem Schrank was? Wie viele Kinder gab's denn hier? Wirklich? Ach so, warte. Immer noch dieses... Das wär doch mal was. Ich mein, das ist ein Spiel ab 18. Wie wär's, wenn wir dir zeigen, wie der zwei da rumvögeln und dann kann man sie töten. Dann stehen sie auf und dann... Oh mein Gott! Und das wär doch auch mal was. Da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Muss das nicht super ekelhaft riechen? Ah ja, und ich hab... Ob sie sich gegenseitig getötet haben? In den ersten beiden Spielen, vor Ort 1 und 2, was ich eigentlich spielen wollte, aber was so ein bisschen Probleme macht beim Aufnehmen und so... Da kann man Kinder töten. Das haben sie dann... Irgendwie, weil es wohl zu scheiße war oder sowas, haben sie es im dritten Teil rausgeschnitten, wo ich aber auch denke... Ich mein, warum sollten sie vor Kindern plötzlich halt machen? Da. Oh mein Gott! Ich hab ein Zielfernrohr! Na komm! Nein! Okay, warte. Schaffen wir. Nein! Oh mein Gott, wie gut! Oh mein Gott, wie gut! Nein, Gate, du darfst nicht sowas gut finden! Wieso ist der Raider tot? Mit eigenen Leute umgebracht? Oh mein Gott, ist halt so krank! Da liegt was, das will ich haben. Hm, muss ich wohl anders hin. Und wie komme ich da hin? In irgendeinem muss was sein, sonst fühle ich mich dumm. Aber du bist dumm. Ja, das hat damit ja nichts zu tun. Aber das leuchtet und mich verarscht. Mich verarscht! Aha, kriegst mich nicht! Hä? 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 Muss ich da irgendwie rüber springen dann oder so. Ich fühle mich wie ein SWAT Team irgendwie so ein bisschen. Irgendwann schieße ich da nochmal rauf. Einfacher Spaß. Wirklich? Super! Super! Findest du das echt super? Oh Gott! Wirklich? Dann machen wir das doch mal so und so. Hallo! Scheiße! Na warte! Die ist jetzt so fertig mit der Welt. Los geht's! Ha! Stopp! Red' ich grade? Und hab' ihr grad' die Beine weggehauen? Ich hab' ne Stimme! Ich hab' ne Stimme! Oh! Kampfmesser! Schaden 8! Hey! Das ist nicht schlecht! Die Rüstung aber wiederum! Yay! Hab' ich den erschossen? Ja! Maschinenpistole! Und Schuss! Und... Das ist kacke! Bibliothekschlüssel! Von Springvale! Yay! Leer! Wie er das schon vorher weiß, ne? Diese Schublade wird leer sein! Ich werde da nicht reinschauen! Aber ich kann Licht machen! Oh nee! Da ist immer noch einer! Nein, komm! Wenn der kommt, mach' ich ihn fertig! Kein... Ich hör' das doch! Großes verdammt verbranntes Buch! Boah! Das ist viel besser als das kleine verbrannte Buch! Das kleine hab' ich schon... Oh! Guck mal! Füße! Gibt's keins, das ich lesen kann? Irgendwie mal? Das wär' ganz nett! Oh! Kann ich's nicht öffnen? Okay! Oh! Warte! Da geht's noch weiter! Ah! Wo soll ich denn jetzt nicht so hin? Aber schön wieder... Ich hab' nicht mehr so viel davon! Aber hier, die Maschinenpistole können wir jetzt mal reparieren! Yay! Juhu! Ähm... Was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas bekommen? Wegschießen macht mehr Sinn! Also macht mehr Spaß! Aber die Schrotflinte da, das ist so... Ich weiß nicht! Boah! Ist die schlecht! Die will ich nicht haben! Weg damit! Mit... Mit dem Messer können wir natürlich auch ein bisschen... Wir haben grad neun! Ah! Wir haben nicht mehr so viele von denen hier! Ich darf nicht einfach so schießen! Das ist das Problem! Hab' ich schon gemerkt! Müsst ihr mir nicht sagen! Macht mich noch nicht so fertig! Macht mich noch nicht so fertig! Ja komm! Machen wir... Das hier! Hä? Was war das denn für ein ekliges Geräusch? Nur weil ich übers Buch gelaufen bin? Okay! Auf jeden Fall ein Hund! Es kommt auf jeden Fall ein... Oh mein Gott! Scheinbar essen die... Auch die Leute! Oh ja! Ach so steht doch leer! Ich achte da nie drauf bei denen! Ab sofort kann ich... Kann ich aufpassen! Leer! Krieg! Mentas! Sehr schön! Ist egal! Schmutziges Wasser ist egal! Äh! Ich meine trotzdem mitnehmen meine ich... Die ganzen Bücher ey! Ich traue mich echt nicht in eine Bücherei zu kommen! Vielleicht gibt's das ja ein Spiel! Das ist alles voller Bücher! Und nichts davon... Und kann man wirklich angucken! Was sind das für Bücher? Scheinbar lesen sie die ganze Zeit! Lesen können sie scheinbar! Ja dann wollen wir mal! Hä? Ja nö! Dann... Ein Raider Wachhund! Der will mich bestimmt töten! Ich will ihn nicht töten! Kann ich ihn nicht ähm... Irgendwie... Ich glaube nicht! Ich muss ihn töten! Aha! Ich hab nämlich überlegt! Vielleicht kann ich ihm ja das... Das Fleisch anbieten! Und dann ist er nett zu mir oder so! Aber... Er ist ein Raider Wachhund! Also... Mein Gott! Kommt aber ganz schön was ab! Vorsicht! Er geht wieder weg! Schluss! Zurückkommen ihr Affen! Ich habe oberstes Anrecht auf die Waren! Okay! Bisschen übertrieben! Ich habe ihn nur ins Kopf geschossen! Ein bisschen übertrieben würde ich sagen! Aber nur ein bisschen! Hundefleisch! Ah! Das war nicht Hundefleisch für Hunde! Das war von Hunden! I see! Den kann ich natürlich auch einer reinhauen hier, oder? Ah! Da geht es wieder runter! Schon gut! Schon gut! Schon gut! Abspeichern! Ich habe immer Angst, dass es abstürzt! Das ist natürlich blöd! Ein Springmesser? Nein! Ein leerer Schreibtisch! Und ein zersprungener Typ! Kellerschlüssel von Springwell! Und Minenprotokoll! Das passiert nicht mehr... tearschen! Whoop! What the fuuuuck! Ich hab'm hier! Ich hab's hier! rumgeknurrt. Super Wachhund. Na, okay, dann wiederum wollen sie ihn da ja auch haben. Macht das Sinn. Nehmen Deckung. Sehr gut. Ich denke mal, das gibt mir später auch was. Als nächstes mache ich dann vielleicht als extra, dass das mehr bringt. Das Lesen von denen. Mal schauen. Haben eine verdammte Ameisenkolonie im Tunnel erwischt. Die Bestien haben sieben unserer besten Gräber gefressen, bevor wir den Weg sperren konnten. Wir müssen sie irgendwie vergiften, damit wir weitergehen und uns den Weg in den Wald freisprengen können. What? Wenn ich bald hinkomme, Entschuldigung, endet es mit mir noch wie mit Boppo. Nur, dass ich nicht vom Sheriff, sondern von meinen eigenen Leuten abgeknallt werde. Oh. Also irgendwo in... Da ist wohl ein Tunnel. Hm. Suck me. Boppo ist übelst abgekratzt. Die Idee, sich hier einzurichten, war gar nicht schlecht. Wir leben ganz gut von den Händlern und Karawanern auf dem Weg nach Megaton. Die Stadt zu überfallen, das war allerdings saublöd. Der Idiot hat die Kugel verdient, die ein Sims in den Kopf gejagt hat. Jedenfalls gibt es hier besseres was. Wir sollten versuchen, in den verdammten Wald reinzukommen, statt in den abgerissenen Ort. Wenn wir da reinkommen, sind wir gemachte Leute. Ein paar von denen hatten satt Tunnel zu buddeln und haben angefangen, sich durch den Minenzugang zu den Höhlen zu verschaffen. Gar keine blöde Idee. Die Explosionen haben das Gebäude praktisch auseinandergerissen. Hat uns auf der Seite ein, zwei neue Fenster verschafft. Okay, blöder Witz. Ich lasse einige meiner Leute eine Karawane überfallen, um mehr Sprengstoff zu beschaffen. Wir werden beim Sprengen, aber weniger... Ich kann gut schreiben. Wir werden beim Sprengen aber weniger davon nehmen müssen, sonst werden ein paar von den Deppen in Megaton neugierig und schauen vorbei. Da unten sind Höhlen. Haben eine verdammte Ameisen-Kollegien-Tunnel erwischt. Die Bestien haben sieben unserer... Ja. Okay, das habe ich ja schon gesehen. Verbindung Träng. Suck me. Okay. Juhu. Ich bin so schlecht darin. Ähm. Springmesser. Eine kleine Lampe. Schön. Weiter geht's. Hier geht's wieder runter. Ich denke mal, hier war ich schon. Nee doch, oder? What the fuck? Ach so, natürlich. 0,1. Hier geht's weiter. Ein Tunnel bestimmt. Bin ich eigentlich laut? Das hört sich so komisch an, als ob ich irgendwie in Matsch rumlaufe. Jetzt laufe ich in Matsch. Oh mein Gott. Und andere Sachen rum. Aber da war ja noch, äh, da hinten war ja noch was. Ach komm. Hier ist das hier nichts. Tür nach Ödland. Nö, nö, nö. Ah, aber, warte mal, war da nicht noch? Was war denn der andere? Komisch. Sollen wir versuchen, da rüber zu springen? Oh. Wir können sogar so weit rüber springen. Quantum. Eine neue Cola. Geil. AP plus 20. Naja. Ist im Mittel, ne? Wo bin ich jetzt nochmal hochgegangen? Wie ich spiele M drücke. Ödland. Der Hauptstadt. Keller der Grundschule. Keller der Grundschule. Ich will, weiß nicht, ob ich in den Keller will. Oh Mann. Ich will nicht in den Keller. Das ist eine ganz neue Map. Ah, natürlich. Tür zu Grundschule. Grundschule. Okay. Putzmittel. Muss immer gucken, was das lädt ist. Und dann ist man wieder... Ah. Na komm. wie viel konnte der ab oder andere war wirklich sehr gut also weil er überrascht wurde glaube ich oh mein gott ich wusste es du sollst sterben ich habe nichts mehr ich habe keine munition mehr dafür das ist nicht schön das ist nicht schön dann nehmen wir halt schalten ein die schrottlinte